Das ist das letzte Set Live Musik von unserer Seite. Bevor wir uns dann in die Suppenproduktion zurückziehen, haben wir noch einige Melodien vor euch mitgebracht. Eine davon ist ein Song von den Hades Comics, ein Rock'n'Roll-Klassiker, den Rock'n'Roll-Beat'n-Dougie. Bevor wir uns dann in die Suppenproduktion zurückziehen. Bevor wir uns dann in die Suppenproduktion zurückziehen. Bevor wir uns dann in die Suppenproduktion zurückziehen. Bevor wir uns dann in die Suppenproduktion zurückziehen, Musik Musik Musik